tigere schiff hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem video heute ja das neue video wie soll ich sagen ist sozusagen ein ein entschuldigungs video wo ich jetzt ganz viele spiele spielen werde und ja öffnen kurz zurück hier die kiste und ich seht schon ich bin vor ein paar minuten arena 8 geworden aber bis jetzt noch keine karten davon gezogen und sie eigentlich gern hätte schade eigentlich alles geist fledermäuse klo den klo den will ich so mit den taben ich mache jetzt keine solokämpfe mehr weil ich dann wenn ich verliere glaube ich wieder in der sieben bilden und ich würde sagen wir machen einen kleinen kampf hier sag wieso finde ich niemanden und ich mache dieses video deswegen weil jetzt endlich mein internet wieder funktioniert und ja deswegen mache ich jetzt ein kleines größeres video weil ich ja die ganze zeit kein anderes video mehr rausgebracht habe und wieso ich den ofen im deck habe weiß ich auch nicht mir fällt gerade auf jetzt spielen hier alle jahre in acht jetzt haben die meisten wahrscheinlich die jahre in acht karten ne gut ne 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 gut gar nicht gut gar nicht man wie so erlebt er wenn ich ehrlich sein soll es leider keine wurde besser als wieder mäuse ich habe meinen pecker verkackt im ernst ich hätte ihn jetzt hier so schön setzen können ok jetzt mache ich den push oh nein oh oh das könnte sehr weh tun aua aua ok los prinz zack prinz war das ritter ok der prinz hat es geschafft er rennt und rennt und rennt und er kriegt noch und er stötet den golem nicht wow oder eisgolem wie auch immer man es nennt man wieso fehl ich heute die ganze zeit wieso fehl ich heute die ganze zeit ich werde den tunnel glaube ich eigentlich zum turm setzen er ist aber dann verkackt oh Mist man königsgeist wieso hat er den königsgeist unbedingt nattel 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 ist nicht wahr wow zack 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 und bumm regelt das wird regelt äh äh zack 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 z Autsch. Das hat wehgetan. Ich glaube, dass Clash Royale nicht das allerspannendste wird. Darum wechsle ich mal kurz zu O. Soll ich die Musik? Ach, egal. Man braucht nicht schon Musik. Jetzt spielen wir... Nein, Clash of Clans nicht. Nein, nein, ja. Slower können wir spielen. Slower.au Nein. Nickname. Ich nenne mich... So, und hier ein... Zack. Und... Machen wir ein bisschen so... Mist. Ich glaube, ich habe schon den will ich. Die kriege ich kleiner. Besser gesagt, große. Komm schon. Ich will dich doch nur töten. Mehr nicht. Eingekisset. Ja, ein... Ja, geht. Den will ich auch. Komm schon, komm schon. Eingekisset. Haha. Haha, da kommt der nicht mehr raus. Gekillt. Double kill. Komm, den kriege ich. Den triple kill. Und... Können den kill ich auch noch. Und... Vierfach. 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 Vierfach kill. Und jetzt kommt der Fünffach kill. Fünffach kill. So, Fünffach kill. Zack. Jetzt kommt der Sechsfach kill. Und der Siebenfach kill. So, Sechsfach kill. Und jetzt kommt der Siebenfach kill. So, Siebenfach kill. Ähm, Selbstkill. Na toll. Oh, danke. Sehr nett. Weg da. Es ist meins. Ich suche, ich will den ersten Platz. Ich suche jetzt den ersten. Erster, wo bist du? Das ist er auch nicht. Nein. Wo ist der Erste? Erster. Ich suche jetzt so lange den ersten, bis ich ihn finde. Und dann töte ich ihn. Ich werde jetzt einfach nur so. Zack hier. Zack, zack. Ich werde jetzt so lange suchen, bis ich den ersten Platz finde. Erster, wo bist du? Erster. So, ist hier überhaupt irgendwo der erste Platz? Erster. Oder gehe ich gerade mal in die falsche Richtung? Wui, 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 wui. Wui, 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 wui. Mann, wo ist er? Mann, wo ist er? Mann, wo ist er? Ist er rot im Kotzen? Ups, Allah. So. Mann, unser Staubsauger. Staubsauger. Staubsauger, sei still. Staubsauger. Danke. Komm, den kriege ich. Zack. Und weiter geht die Reise. Lala, 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 lala. Null. Ich mache mal online. Auch wenn es ein bisschen leckt. Ne, es leckt sogar gar nicht. Nur ein bisschen. Hallo. Online ist ein bisschen schwerer als Singleplayer. Und leckt auch ein bisschen mehr. Online, äh, wo ist einer? Ich bin 400, äh, 461 von, ich bin der 533. Platz. Wow. Jetzt bin ich der 437. Platz. Komm her. Oh. Ui. Und der sieht hier riesig aus. Den möchte ich haben. Oder das hier. Komm her. Tötet dich. Oh. Oder tötet er mich? Oh. Arsch. Komm ich. Nein. Mist, ich habe Singleplayer gemacht. Oh. Der ist aber riesig. Tötet. 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 Hm. Hm. So schön. Hier geht Dings. Nicht. So, wo ist ein riesiger Fettsack? Fettsack. Wo ist ein Fettsack? Hallo, Fettsack. Wo ist ein Fettsack? Wo ist überhaupt einer? Oh. Oh la la. Hallo? 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 Ich möchte mit Ihnen rennen. Ich rennen möchte. Hallo? Hallo? Er hört mich nicht. Hallo? 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 Er hört mich einfach nicht. Bleib doch stehen. Hallo? Mann. Kann endlich mal stehenbleiben. Komm her, Fettsack. Stechenbleiben. Oh, der geht so auch. Dich will ich, Degge. Endlich kann ich wieder sprinten. Ja. Wee. Wee. Oh, ich kann nicht mehr sprinten. Na toll. Sammeln. Fettsack. Da ist ein Fettsack. Ich habe ein Fettsack gesehen. Oh la la. Hallo? Da ist ein Fettsack-Kugel. Den will ich haben. Bleib stehen, Fettsack-Kugel. Dann will ich halt den Fettsack. Oh, da ist die Fettsack-Kugel. Haia. So, Fettsack. Fettsack. Hallo? Get wrecked. Hallo? Get wrecked. Ich nehme alles zurück. Ich habe ihn doch nicht get wrecked. Okay, noch mal online. Oh, der war gerade ein... Oh! Mensch, 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 Mensch. Oh! Ich habe gewusst, dass das passieren wird. Ich bin so... Ich kann ausrasten. Da ist ein Fettsack. Hallo? Na? Soll ich dich... Darf er... Okay. Hallo? 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 Nein! 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 Hilfe! Hilfe! Soll ich den töten? Ich töte ihn jetzt. Warte. Oh, mein Gott! Ich kann mir das nicht holen, weil ich hier eingesperrt bin. Ich will es haben! Ich kann raus! Ausweg! Ja! Ich bin frei! Oh. Na toll! Und get rid! Meins, 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 meins. Meins, 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 meins. Ich kann ausrasten, lalala, ich kann ausrasten, lalala, ich kann ausrasten, lalala, ich kann ausrasten. Ich kann ausröse stehen Ich kann ausröse stehen Ich kann ausröse stehen Jawohl, komm Ein Kessel Mann Boom Get rekt Boom, get rekt Boom Zweifach ein Kessler Boom, Alter Oh, lecker Lecker Komm, 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 komm Eingekesselt Nice Nicht nice Na toll Mach nochmal Singleplayer Hä? Zack Ja 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 Okay, Leute, wir spielen was anderes Jetzt spielen wir Bottle Flip Challenge Wenn, wer, wer nicht weiß, was ein Bottle Flip ist, der lebt am Ende der Welt Weee, das Werbung Weee, das Werbung Ich liebe das What's it? What's it? What's it? I don't want to Ich find sie so toll Komm, ich brauche ein Bottle Flip Bottle Flip Bottle Flip Bottle Flip Nein Ja Ja Und Leute Hier gibt es solche Boxen Wenn ihr sehen könnt Soll ich mir jetzt so richtig viele Münzenfarben und dann zum Opening machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare, dann mache ich es Ich probiere es jetzt mal mit allen Flaschen Ich muss mit jeder Flasche einmal ein Bottle Flip machen Geschafft sind die Flasche Play Holter Wie fliegt die denn? Junge Junge Ah nein Na Was hält dich schon mit dieser Flasche? Nein Nein Komm schon Komm schon Komm schon Ich krieg das hin Victor, du kriegst das hin Komm schon Komm schon Komm schon Ja Ey das ist Ach Ey das ist nicht wahr, Mann Ich krieg das nicht hin, ne? Ist unmöglich, eine andere Flasche. Ui! Dann nehme ich mal diese Flasche. Fanta. Mh. Eine 101. Mit der Flasche ist es wesentlich einfacher. Guck. Ich mache jetzt ein Bottleslip. Boom. Bottleslip. Boom. Oh. Boom. Bottleslip. Boom. Bottleslip. Nein! Boom. Bottleslip. Boom. Bottleslip. So, Bottleslip? Nein. Bottleslip? Nein. Bottleslip? Nein. Bottleslip? Bottleslip? Ja. Bottle Flip? Nein. Bottle Flip? Nein. Bottle Flip? Ja. Bottle Flip? Jein. Bottle Flip? Jein. Okay, jetzt habe ich schon ein Geschäft. Jetzt kommt es, ja, das ist wirklich doof, weil es ist, oh, ja, ich habe es geschafft. Und ich habe es geschafft. Ja. Jein. Ich würde sagen, ich mache das jetzt so lange, bis ich ein Ding, bis ich will brauchen, 299. Nein, das habe ich doch nicht. Und Leute, jetzt kommen wir zum Pokémon Go. Ich habe mir Pokémon Go installiert. Ich weiß auch nicht, wieso, ich finde es einfach cool. Und wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr davon mache und ein bisschen spazieren gehe, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde es machen, wenn die meisten dafür abgestimmt haben. So, ist hier ein Pokémon? Nee. Schau, was gibt es hier? Hallo? Ja, muss ich zum Platz der Deutschen Einheit. Ja, was gibt es im Shop? Angebot. Ich habe aber null. Was wollen die? Ich muss halt wirklich laufen, ne? Wait, was gibt es hier? Was ist das? Okay. Ich setze hier kurz so ein Items. Ich habe hier doch solche Items. Hier, Rauch. So, wir sollten doch Pokémon kommen. Ja. Hier, hier, wo ist es das? Was ist das? Ein Gerard-Dachs oder wie auch immer das heißt. Komm, zack. Mist. Zack. Als ob. Ja. Komm, geh rein. Eins. Zwei. Drei. Nein. Fast. Na, es ist geflüchtet. Was ist das? Was ist das? Ein Dings, ein Azumere. Kannst du, kannst du, kannst du? Komm schon. Gut. Okay, komm, das schaffe ich. Komm schon. Eins. Nein. Zack. Großartig. Komm, jetzt schaffe ich es. Eins. Nein. Komm. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Ja. Ja. Ich habe es. gefangen. Geschafft. Ich kann das ja eigentlich die ganze Zeit power up, ne? So kann ich das ein bisschen, oh. Hä? Trainerlevel, oh, mein Trainerlevel ist zu niedrig. Miest. Bisschen EP bekommen. Was gibt es denn hier? Hier gibt es ein Raid. Und. Was? Noch keine Pokémon gesichtet. Okay. Hey, ich höre was. So ist die Musik. Es gibt es hier noch so Items. Trank. Beleber. Oh, ich hätte die Nana-Beere genommen, annehmen können. Welches Wetter bedeckt. Soll ich mal spazieren gehen? Leute, ich würde sagen, ich gehe dann vielleicht gleich spazieren. Oh. Taubsi. Komm schon, das kriege ich. Sing. Zack. 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 Okay, geschafft. Boom. Ich schaff's. Taubsi. Ja. Oh Mann, ich will zu der Arena. Weil ich bin ja fast da. Ich will zum Raid, aber es ist viel zu weit weg. Mist. Der Pokestop, wo ist der? Artikel, irgendein. Ah, ich weiß, wo der ist. Hm. Kleine Pokémon? Kommt doch mal. Ich höre was. Ich. Hallo, kommt doch irgendwann mal ein Pokémon? Hallo, ich habe doch mal einen komischen Dingster-Boomster. Hallo. Mann. Ich laufe mal ein bisschen durch die Wohnung. Vielleicht geht das, ja. Ich laufe mal ein bisschen. So, laufen, laufen, laufen. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Das geht nicht, ne? Komm schon. Hallo. Ich möchte euch fangen. Gut, dann geht es halt eben nicht. Dann gut, Leute. Ich würde sagen, das war dann auch... Was soll ich noch irgendwas? Ne, ich zeige nichts mehr, oder? Ne. Ich würde sagen, dieses kleine Entschuldigungsvideo ist jetzt nicht so lang geworden, aber ich kann es eigentlich auch nicht länger machen, weil ich muss, glaube ich, gleich weg. Und ja. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Und rein, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.